Hallo! Hallo! Hi! Ja, Mario aus Mars sehe ich. Oh ja! Und Mittener. Ganz genau. Wie bist du denn auf das Mario aus Mars Kostüm gekommen? Weil das der beste Zelda-Teil ist natürlich, ne? Es war eine sehr spontane Idee, dass ich überhaupt so ein Kostüm mache. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich recht einfach. Und das ist einer meiner Favoriten von Charaktere. Also habe ich den einfach gemacht. Und wie ich sehe, hast du auch eines der limitierten Zelda Fan-Pakete abgestaubt. Willst du mir das vielleicht ausleihen? Hm, gerade nicht. Schade. Und wie bist du auf Mittener gekommen? Ja, also wir haben ja gehört, dass es die Fan-Pakete gibt für die Zelda-Cosplayer. Und dann, ja, ich finde Mittener einfach cool. War für mich eigentlich gleich klar. Ich habe auch mal ein tolles Paket bekommen, das ich behalte. Lange für angestanden. Wie lange hast du gebraucht für ohne? Ähm, also wir hatten nur so zwei Wochen Zeit jetzt vor der Gamescom. Weil ich glaube, da ist die Meldung rauskam. Und ja, ich weiß nicht, ich saß halt zwei Wochenenden dran ungefähr. Ach, nicht schlecht, nicht schlecht. Und du bist ein Silent Hill-Zombie? Nee, eigentlich aus Left 4 Dead. Ah, ein... Genau. Genau, bist ein Hunter. Nicht schlecht. Ist aber ein bisschen warm, oder? Das Kostüm. Kostüm war... Ich werde morgen auch nicht mit, äh, also mit dieser Kluft hier rumlaufen. Ich werde morgen ganz normal hierhin kommen. Und das ist einfach viel zu warm. Also vom Valve Cup siehst du mal keinen Cosplay-Wettbewerb? Nee, leider nicht. Und von wo seid ihr jetzt drei angereist? Also gehört ihr zusammen oder zufällig getroffen jetzt? Wir drei sind aus Bayern. Aber wir drei kennen uns schon mal lange. Und ich komme aus Bonn. Aus Bonn. Ja. Alles klar, dann bedanke ich mich und noch viel Spaß auf der Gamescom. Danke, auf jeden Fall.